hallo und willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar heute möchte ich euch erzählen wie der für uns zuständige richter dr marcus bühler vom ansgericht ulm emotionale erpressung gegen mich verübt hat bevor ich in die details geht der hinweis wenn ihr über alle neuen videos benachrichtigt werden wollt dann klickt auf den abonnieren button und aktiviert die glocke dann werdet ihr über wirklich alle videos benachrichtigt in unserem fall ist es ja so dass unter anderem der dr marcus bühler vom familiengericht ulm behauptet hat ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit denen über das wechselmodell rede das ist die erziehung von kindern in gleichberechtigung durch ihre getrennt lebenden eltern dass dieser vorwurf dazu geführt hat dass ich drei meiner kinder derzeit nur unter begleitung von zwei frauen sehen darf ist völlig hanebüchen und beruht auf unwahren tatsachen behauptungen habe ich schon videos dazu gemacht das heißt der richter dr marcus bühler hat zusammen mit leuten vom jugendamt gelogen um meinen kindern ihren vater zu nehmen und das wechselmodell zu verhindern dass sich die kinder gewünscht haben ja und dieser dr marcus bühler der familienrichter vom amtsgericht ulm der hat mal in einer verhandlung das war im mai 2018 da ging es darum dass die frau helen müller vom jugendamt die unwahre tatsachen behauptung gemacht hat ich würde nur meine eigenen interessen verfolgen und die kinder unter druck setzen damit die das wechselmodell wollen was erlogen ist das wissen wir mittlerweile auch dazu habe ich ein video gemacht ja und dann gab es im mai 2018 auf antrag dieser frau helen müller vom jugendamt ehingen einen erörterungstermin ein erörterungsgespräch im amtsgericht ulm und da hat dann der herr dr marcus bühler in diesem gespräch die frau simone neumann war es glaube ich die frau helen müller war da gar nicht da also deren vertreterin gefragt was denn geschieht wenn der vater also ich weiterhin mit seinen kindern über dieses ach so angeblich gefährliche wechselmodell reden würde dann hat die frau simone neumann ja ja nicht aufgefallen sein müsse dass ihre kollegin gelogen hat gesagt na dann müsste man über einen begleiteten umgang nachdenken dann hat der herr dr marcus bühler im laufe dieser verhandlung mehrmals zu mir gesagt ja herr groganz wenn sie weiter mit ihren kindern über das wechselmodell reden ich will ihnen ja nicht drohen aber sie haben ja gehört dann könnte sein dass ihre kinder nur im begleitenden umgang sehen würden hat er das noch mal gesagt ja er will mir ja nicht drohen er will mir ja nicht drohen aber hat er sehr geschickt gemacht er hat gesagt wenn ich mit den kindern über das wechselmodell rede ja er will mir ja nicht drohen das hat er glaube ich vier fünf mal gesagt in der verhandlung ja angesichts der tatsache dass es keinen grund gab für den begleitenden umgang und es dem herrn dr marcus bühler eigentlich wenn er die ermittlungen gemacht hätte zu denen er verpflichtet ist hätte sehen müssen ja dass die ganzen vorwürfe die da vom jugendamt formuliert wurden keine grundlage haben fachliche weil es von der sozialpädagogin kam die von psychologie keine ahnung hat und die da von irgendwelchen manipulationen redet und außerdem kam alles nur von der mutter die ja kein interesse am wechselmodell hat also ist auch nicht glaubwürdig und diese mutter hat ja sogar noch behauptet dass ihre älteste tochter nicht von der oma mütterlicherseits geschlagen wurde was ja auch eine lüge ist aber der herr dr marcus bühler hat das anschein alles als glaubwürdig erachtet und hat dann zu mir gesagt er will mir ja nicht drohen aber ja wenn ich mit den kindern weit über das wechselmodell rede dann könnte es vielleicht zu einem begleitenden umgang gehen geben ja das ist natürlich keine nötigung nein das ist überhaupt keine nötigung die der herr dr marcus bühler da gemacht hat es ist keine nötigung die der herr dr marcus bühler da gemacht hat es ist keine nötigung die der herr dr marcus bühler da gemacht hat im mai 2018 als familienrichter am amtsgericht ulm es war keine nötigung die der herr dr marcus bühler gemacht hat ich würde heute im rückblick angesichts der tatsache dass beweisbar ist mittlerweile ein psychologe hat ja festgestellt dass die mutter die kinder schädigt mit psychischer gewalt hat es als psychische folter und narzisstischen missbrauch deklariert hat eine schriftliche stellungnahme gemacht also alles erlogen was der herr bühler da dann danach gebracht hat um tatsächlich dann den begleitenden umgang auch anzuordnen das wissen wir heute also war es im rückblick eine emotionale erpressung und vielleicht ja doch eine nötigung danke fürs zuschauen und wenn ihr über alle neuen videos benachrichtigt werden wollt dann abonniert den freifam kanal aktiviert die glocke und wenn ihr selber einen fall habt über den wir berichten sollen schreibt bitte an info at freifam.de und ihr könnt unsere sache nämlich die freiheit der familien unterstützen auch finanziell indem ihr spendet den link zu den spenden informationen seht ihr jetzt im abspann danke nochmal fürs zuschauen und tschüss zusammen